Guten Tag, ich heiße Chris Niemann und ich heiße Aaron Vega und das sind die Abendnachrichten. Heute Nacht, wir haben für Sie Abendnachrichten über Sport und über das Wetter für dieses Woche. Ich bin deiner Sportreporter und ich bin deiner Wetterreporter. Nun, bevor wir beginnen, ich habe für dich viele wichtige Nachrichten über die Wirtschaft und der Krieg. Tut mir leid, Aaron, aber ich habe gerade Nachrichten bekommen, dass Schutan aus vielen Personenmarken gekommen sind und sie toten Menschen. Meine Güte, jede Person, die das gesehen hat, läuft. Lauft für dein Leben. Und nun, Sport. Guten Tag, ich bin Sean Kiju mit deiner Sportreporter und es gefällt mir, dass Sie das sagen, dass wir Bullard High School unbesiegt in amerikanischer Fußball sind. Letzten Wochenende, wir haben einen großen Sieg über Klobos West gewonnen. Wir haben 35 zu 9 gewonnen. Jeden Person kommt nach und zerspiele. Danke. Und nun, Chris Niemann mit deiner Sieben Tag Wetterprognos. Diese ist dein Sieben Tag Wetterprognos mit Chris Niemann. Auf Montag, die Prognost ist gut und Sonne. Für Dienstag, es sei, dass es Sonne gließt wird. Und auf Mittwoch, die Prognost ist, dass es Fleischbarchen regen wird. Reden von Regen, Fleischbarchen. Claudi with a Chance of Meatballs. War scheinbar ein guter Film. Du soll es sehen, immerhin auf Donnerstag. Die Prognost ist Sonne. Und schließlich, auf Freitag, es war ich auch Sonne betragen. Das unser Sieben Tag Wetterprognost war. Und nun ein Wort von unserem Sponsor. Hattest du ein True Train Problem? Hattest du Angst für dein Leben? Gut, wir haben ein Antwort für seine Probleme. Anti-True Hound Spray ist unser neue Produkt. Auftragen jeden Tag, bevor du außer dem Haus geht. Jede True Train Problem. Du hast will eine solche von die Vergangenheit mit Anti-True Hound. Und diese ist nicht alles. Weil du ein True Train im Puffang nehmen kannst, das will True Train auf abstoßen. Du kannst diese zwei Produkte für nur 1.000 Euro kaufen. Für diese Produkte, du musst unsere Telefon anrufen. Ruft uns an schnell. Also, dass deine Abendnachrichten war. Wir danken sie alle für die Beobachtung. Wir wollen dir morgen sehen und endlich den Stich Siedhaus für tutan. Und wenn dir ein Sehen, du musst laufen oder du willst dort betragen. Auch mein Gürtel, dort ist ein Nürn. Lauf, mach schnell. Ach nein, wir müssen gehen. Ach meine Augen. Ach nein, wir können sie. Ach nein, das schmeint. Ich habe lieber eine Esprache rumschировать.